Ich will mal deine Hand als Stütze Oh fuck! Scheiße man! Yo was geht ab Freunde ich bin's wieder Leon Marsch hier am Start! Heute wieder zu einem brandneuen Video mit Special Gast! Wo ist denn mein Special Gast? Special Gast! Halleeeeee! D-d-d-d-d! D-d-d-d-d-d! D-d-d-d-d-d-d! Hallo! Hallo! Alle! Alle! Ich zeig dir mal was! Special Gast! Stelle! Stelle! Das ist schon weit oben ne? Ja! War das cool? Auf jeden Fall! Was machen wir heute? Weißt du was wir heute machen? Heute drehen wir... Dein Video warst du schon seit langem... Fortnite! Das wolltest du doch die ganze Zeit ne? Aber leider drehen wir heute nicht Fortnite! Ich will nicht! Da so... Fortnite ist nichts für dich man! Okay, nur wenn du den aktuellsten Fortnite tanzen kannst! Okay, weißt du was wir heute machen? Heute machen wir... ...einen Tag lang Wassereis... ...essen oder trinken! Hast du Bock drauf? Ja! Hast du Bock auf Wassereis? Ja! Hast du Bock auf Wassereis? Ja! Okay! Mach mal Superman, Superman! Superman! Auf geht's! Richtung... Erika oder so... Wassereis! Willkommen! Warum musst du mir die ganze Zeit gegen meinen Hintern machen? Hör auf! Ich möchte Cola! Cola, Cola, Cola! Ich möchte Cola mit Eis! Hier! Cola mit Eis! Wasser Cola! Ja! Ja, guck doch! Hier! Nimm das jetzt! Eins für dich, eins für mich! Viel Spaß! Fällst du da durch oder was? Ja! Okay! Hast du Bock? Ja! Fahr'n! Jetzt, ey! Einfach Wassereis, ne? Hä? Schaffst du die ganze Packung? Hm, weiß ich nicht! Versuch ich! Aber hast du Bock auf Wassereis überhaupt? Wassereis, ja! Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' Hier! Oh, du hast auch aufgekommen? Ja! Ich nehm' Cola! Auf entspannt! Aufs Zerlimsnake! Das ist kaputt! Ah! Halt ihr auf! Er ist weg! Er ist weg! Halt! Hahahaha! Kriegst du den auf oder soll ich den aufreißen? Aufreißen! Hier! Ich hab' ich verbogen, ey! Oh! Oh! Hahahaha! Hahahaha! Wer schafft mehr? Ich glaubst du, schaffst du mehr oder ich? Ich! Du! Niemals! Na, guck mal hier! Ich hab' ich in eine Ecke weggelegt! Kalt, ne? Komm, wer kann schneller essen! Oh! Ah! Kalt, ne? Wer kann schneller essen? Wer kann schneller essen? Kalt! Irgendwie, wenn ich einmal bei so voll bin... Boah! Ich bin schon fertig! Nein, Lina! Hier ist das! Wo? Nein! Hör auf! Jetzt musst du das Ganze mit in den Normalen essen! Ist kalt, ne? Eiskalt! Aber wenn's nicht mehr schnell essen, ne? Aber wenn's nicht mehr schnell essen, ne? Mich schnell essen? Sonst ist nicht gut, ne? Wurrst du lange! Wurrst du lange! Wurrst du lange! Ich bin nicht mehr! Warum? Hat sie Schluss gemacht? Ich bin nicht mehr ihrer Freund! Aber hat sie Schluss gemacht oder du? Ich! Warum? Wurrst du sie wieder sehen? Hör auf! Ja, okay, ich rede nicht mehr über sie! Vielleicht sieht sie das Video! Emilia, schöne Grüße! Hör auf! Schöne Grüße von Salem, Emilia! Er vermisst dich und lieb dich! Wer auch! Soll ich nicht sowas sagen? Nein! Das ist so uncool! Nice boy! Hey, komm, wir haben einen Fortnite-Modus! Wie? Wir haben einen Fortnite-Modus, die wir da spielen! Wie wir es schon mal gemacht haben! Bleib stehen! Kuckuck! Vollzack! Und ich geh mit Jump-Ed! Du nimmst Jump-Ed? Komm, stell! Hier ist ein Gegner! Hier ist ein Gegner! Hilf mir! Die Mücken! Komm, komm, komm! Gib mir den Medikid, schnell! Hier! Hast du einen Schlöfi? Ja, zwei Minis und einen Biggie! Hier, hier, hier! Zwei Minis und einen Biggie! Hier, hier, hier! 100! Okay, lass ihn austanzen! Lass ihn austanzen! Komm, wir tanzen ihn aus! Wir lachen ihn aus! Aua! Guck mal, Leute! Meins ist schon fast Wasser! Richtig Wasser-Eis, Alter! Machst du Cola? Okay! Nein, das ist selber! Nice, okay! Das sieht aus aus wie die Mütze! Ja, das ist jetzt ein bisschen besser! Echt? Will er ein Wasser-Eis, oder? Der darf natürlich nicht, ne? Grüßer! Süß! Wenn du Eier hast, gibst du der Frau jetzt ein Wasser-Eis, die gerade kommt! Okay? Mal schauen, ob er durchziehen! Sie fragen, wie du bist! Du musst nur sagen, dass du gut bist, wenn du nicht gut bist! Das ist griechische Party! Es ist griechische Party! El-Ar-Re-Malaga! 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 Lauf rüber! Lauf rüber! Schöne, 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 hier! Er ist griechische Party! Super! Super Musik! Super! Super, sehr gut! Super Balkan, kann man nichts falsch machen! Das ist perfekt! Super sympathische Leute hier in Hamburg! Alle sympathische Leute hier. So, Salem, das Wasser ist schon fast geschmolzen. Fast alles, alle. Meine auch. Ich würde sagen, wir geben uns jetzt gegenseitig Aufgaben, oder? Salem, du bleibst hier. Du bleibst hier. Versteck dich ein bisschen. Leute, ich tue jetzt so, als ob ich klingel. Und dann laufe ich weg, aber ich klingel nicht. Guck mal, sein Kopf. Salem, versteck dich. Guck jetzt. Ich drücke einfach auf Licht. Komm jetzt. Oh mein Gott, Salem. Da hat einer geschrien, er guckt jetzt runter, mein Ferrer. Komm still, komm still. Salem, du krankst halt, du was hast. Ich verstecke. Ich kann gleich hoch. Guck auf dem Wasserheiß, fang. Leon, kann ich meine Toto mit dir ein? Guck auf dem Wasserheiß, fang. Nice. Elad, ich kann ein Telefon noch? Egal, komm, wir machen ein Bild. Komm, wir können die Screenshots machen. Machst du einfach Screenshots. Ja, ich lad das bei mir ein Video hoch, okay? Super. Kleine, cool. Ey, ich wünsche euch was, ne? Viel Spaß. Ciao. Das ist die Aufgabe, ich glaube, das schaffst du niemals. Ja. Wenn du vor dich hier, bis dahinten läufst. Salem. Okay, ey. Er ist jetzt... Komm her, you get it. Komm her. Beweg dich. Soll ich dir eine andere Aufgabe geben? Ja. Du gehst in den Einkaufswagen und schickst dich. Warte mal. Komm her. Ich einkaufe... Also das war ich nicht. Nein, das gehört... Äh, niemand. Okay. Jetzt gehört es dir. Das ist nicht der Weg. Das letzte Eis, das flüssige. Freunde, ihr müsst auf jeden Fall den Like-Button sprengen, wenn ich ihn jetzt reinschupsen soll. Wenn du Eier hast, schau dich in das ganze Wasser, bitte. Wenn du Eier hast, sollst du dich in die Mitte zergehen, wenn du Eier hast. Einfach reinzuspringen. Ja. Ganz in der Mitte aus. Ja? Ja. Komm her. Gib mal deine Hand als Stützel. Geh du dich raus! Geh du dich raus! Oh, fuck! Scheiße, Mann! Oh, fuck! Oh, fuck! Alles wegen dir, Alter. Jetzt schmeiß ich dich rein, jetzt reicht es mir. Meine Hose ist nass, ey. Das reicht mir. Scheiße, Mann! Komm, Salem, auf meinen Rücken. Jetzt müssen wir so langsam das Video beenden. Komm! So, Freunde, ich würde sagen, das war es mit dem Video mit Salem. Ich drehe ab heute nie wieder mehr ein Video mit Salem. Doch! Nein? Doch! Nein? Doch! Nein! Auf jeden Fall seine letzte Cola trinkt er jetzt auch noch. Mit Leckerli. Leckerli. Wer sagt das? Apoelgi. Apoelgi. Willst du tschüss sagen? Tschüss! Okay, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ab jetzt drehe ich nie wieder mehr ein Video mit Salem. Nein? Doch, doch, doch! Nein? Ja? Ihr wisst Bescheid. Ich spiele jetzt immer alleine Fortnite und drehe alleine Videos. Nein, 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 nein. Wer ist der coolste Onkel? So. Danke. Okay, nächstes Mal drehe ich doch wieder ein Video mit Salem. Ab wie vielen Likes? Sag mal so ungefähr, wie viele Likes sie geben sollen? 3.000 Likes. Was? 3.000 Likes? Letztens hast du sonst immer gesagt 100 und so. Bei 3.000 Likes drehe ich wieder ein Video mit Salem. Wenn ihr das sehen möchtet, gebt ein Like. 3.000 Likes. Wieder ein Video mit Salem. Wir haben es bei dich einen Tag lang geschafft. Wasser, isst du essen? Glaubst du, wir hätten es geschafft, einen Tag lang? Hm. Wäre eklig, ne? Ja. Wäre zu kalt, ne? Auf jeden Fall, Freunde, das war es mit dem Video. Willst du tschüss sagen nochmal? Tschüss. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Peace out.